Ich glaube ich mach grad einen Film. Ja, ich mach einen Film. Ey, hier muss doch irgendwo noch mein Einzelkopf hören. Ach, da liegt der ja. Ey, ich hab's schöner. Oh, jetzt wird's kalt. Lass mal wieder hin. Mach nur ein Video, die bist geboten. Geh mal kacken. Ja. Lass's kacken gehen. Hauptsache, das Kind film ich selbst. Schau dir eine rein. Schau dir eine rein. Das hab ich doch eben schon gesagt. Du hast sehr kackt, Fotze. Ja, und ich muss kacken. Also, weil kacken wir uns mal, ne? Oh Gott, der war ein... Der war ein Scheiße. Oh Gott, eben. Schau mal, jetzt hast du die Video aus dem Mist gebohrt. Nö. Gibt's ne Schelle, du Fotkopf. Ha, ich hab keinen Schluck auf mehr. Uh! Uh, ich hab was geschluckt. Nein, wo? Ja, an meine Spucke. Cool. Scheiße! Du hast es verkackt. Ja, mach doch was. Mach was! Ich tu grad meinen Schluck auf. Versuchen wegzukriegen. Ach so, sagst du doch. Ach so, sagst du doch. Scheiße, jetzt ist er wieder da und wiegen dir. Mh, errollig. Lecker. Schmeck gut. Errollig. Nein, aber du musst echt mal den vorne und das Tagebuch einer nimm zum anderen angucken. Ach, chill mal. Check das mal. Chill mal, Alter. Geht er jetzt hin? Er geht durchs Sand. Er kann über Sand laufen, Robert. Oh mein Gott, Chuck Knows 2. Was? Chuck Knows. Ach so. Das kleine hässliche Kind da. Genau. Erotisch. Ja, das ist cool. Dann Kleidung, oder? Filmst du immer noch? Nein! Mach drüber aus, geht's scheiße. Nee, mein Hand ist grad eingefroren. Geht nicht. Scheiße. Scheiße was. Wo läuft der jetzt hin? Ich hau dir mal da rein. Sau. Scheiß Schluck auf. Hat jemand Geld auf dem Handy? Wenn ich das hätte, wäre jetzt leer. Wer ist jetzt leer? Dommel! Wo hin? Seid doch klar. Hast du Geld auf dem Handy? Er doch nicht. Ich hab eigentlich schon mal Geld auf dem Handy. Was, er lügt. Lass mal zu Naspa laufen. Ich muss mehr Geld aufs Handy machen. Was willst du denn bei der Naspa? Das kam an von der Bank aus. Voll cool. Ich hab das auch schon gemacht. Hammer, Freude, ich pack den Keks. Nee, ich pack den Eis. Dann ruf ich meinen Ex von an und frage ihn, ob ich meine ich verfickte Gitarre jetzt abholen kann. Aha. Kevin allein zu Haus. Hä? Ja, die dient alleine zu Hause und so. Nee, der Drohlo ist 100%ig bei dir. Ich hab die Nase an, irgendwie süß. Ey, der Alex Peters, gell? Ja. Der Hurensohn. Der hat sich letztens mit einer Laterne angelegt. Ich hatte die Laterne an. Was machst du hier? Verfiss dich doch mal! Und... Sie ab, ne! Sie ab! Sie ab! Sie ab! Ich weinte doch gar nicht dich, ey! Sie ab! Schlampe und so! Nein, das hast du gesagt. Ich weinte auch nicht mich! Gott! Jetzt hast du schon gehackt! Am Ende... Am Ende krieg ich auch ne neue Thriller. Komm, lass mal den zusammenhauen, dann hab ich ne neue Thriller. Neue Thriller, hast du Klaps? Ha? Klaps. Klaps ist was? Nix. Schon wieder, ey! Scheiße, woher hab ich hier? Hä? Hä? Er lacht voll zurück zum Schlafen, ey! Das war's! Ich muss Zug kriegen! Aua! Aua! Ich muss Zug kriegen! Aua! Aua! Ich muss so volles Blatt in den Kopf! Aua! Tut weh! Ey, so volles Blatt in den Kopf! Ey, so volles Blatt in den Kopf! So wie so ein Blatt in den Kopf! Lochenkopf, ich muss genäht werden! Mit der... Pinzerte. Hm. Habe ich jetzt eigentlich... Habe ich letzte Woche mit Rishi geredet oder wann war das? Keine Ahnung, ich hab auch mit ihm geredet, aber ich weiß nicht mal wann es war. Das war voll kein Hobbies-Damage. Ja, ich weiß, tut mir leid. Wo sterben? Geh gacken! Ey, geht jetzt mit mir zu Nass, boah sterben, Mann! Ja. Lass mal Gruppensterben machen! Lass mal Evo sein! Geh mal weg! Evo für einen Tag! Juuu! Sag übernimmst du mich nicht. Lass mal uns hinter den Zug werfen. Nein, wo? Oder lass mal Bus knacken! Habe ich auch schon mal gemacht, aber dann hat es nicht geklappt! Das ist zwei Minuten auf den... Keine Hopp, das ist bei ihr... Ey, komm... Guck dir mal auf YouTube! Keine Hopp ist so... Ich sehe ab, dann wirst du mich mit blonten... Blonten Pony sehen und... ...ne Freundin, ja? Mein Ex-Freund ist eine Prüfung und hat sich... Nein, es sind Halswirbelknochen gebrochen und es ist eine Brille. Ey, ich rede da so eine Scheiße. Das klappt man gar nicht, ey. Ich habe echt keine Hobbys. Nur weil mir das Geld für meine Freunde ausgegangen ist. Obst du hier auch nicht keine Hobbys zahlen? Ich habe hobby. Hobbillose Kinder haben schon nie gesehen. Aber ich habe Freunde, um auch noch nicht mehr Geld mehr zu bezahlen. Das ist voll toll. Ich muss nur die Pato bezahlen. Ich habe die alle bei mir gezahlt. Wenn ich groß bin, will ich genauso werden wie er. Wenn ich groß bin, will ich genauso sein wie Warte, 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 Warte. Ja, wie so verkackt halt. Ich meine schon abends, wenn man in die Mülltonnen reingucken muss. Ey, der Luca sitzt bestimmt in fünf Jahren auch auf der Straße, gell? Cool, ja. Ich bereue mich voll. Ich habe meine eigene Wohnung. Ich kriege dann auch Geld, wenn ich in die Schule gehe. Sauzeit. Ich freue mich voll, es war auf. Es kommt irgendwas Blödes wieder. Oh, ja. Ich dachte, das ist gut. Wer will mitfahren? Ja, natürlich. Die hat ja keine Ordnung. Auch, komm. Nee. Ja, komm, setz dich drauf. Na, warum ich? Ja, weil du... Ich will nach vorne hier. Am Arsch. Nein, nein. Wer will? Sie hat Angst. Ich habe Arschwitze. Warum schiebt euch da rein? Ja, chill dich kurz raus. Ja, mach du doch. Nein, ich will laufen. Komm, Jackie. Ich auch. Also, ja, nee, da musst du gleich packen. Komm, ihr Geist. Komm, Patrick, komm jetzt. Nimm die die mit der Kamera und pack die an. Auf, komm, wir kannst du unterwegs filmen. Nein. Komm jetzt. Mann, ich muss an meinen Zug. Ja, das ist nicht. Hallo, der ist schon voll schnell da. Nein. Nein, ich lauf. Na, komm, Jackie, komm. Nee. Komm schon. Das, Mann, da muss ich kacken, also. Und wenn sie kacken muss, muss ich mitkacken. Gell? Dann muss sie wieder zusammacken. Ja, das ist gar nicht. Das war's. Das ist so, dass wir uns gebrochen werden. Oh, ja, lass gucken. Das geht mal gar nicht. Ja, lass gucken. Voll, du Hohensohnfahrerflug. Wahnsinn. Also, wo ist die Tankstelle? Ich brauche Kippen. Ja, bin ich jetzt? Ich muss an meinen Zug. Ja, ja, du kriegst einen Zug noch. Ja, ich hau meinen Helm. Du ekelhafter, ich hau dir einen rein. Jetzt gib dir einen verdammten Helm. Du kriegst einen reine, Futtkopf. Ich hau dir einen rein. Komm, hör, du Falkling. Nee. Ich hol die Schelle einen. Ich kriegst vielleicht einen Pfund. Vorsorgs-Wogel wie hier. Der wird zwar gut. Ich bin nicht klein. Ich werde noch größer vielleicht. Vielleicht. Das gab es vielleicht. Aber nur vielleicht. Ich soll noch 1,80 werden in zwei Jahren. Nein, ich spiele euch den Zahnbelag. Ich habe letztens auf ihn gelacht. Ja, mein Zahnbelag wird auch 1,80. Alter, tu mal die Kamera von uns weg.